Okay, liebe Freunde, weiter geht's mit Let's find die roten Steine und zwar diesmal, äh, Kapitel 4, ähm, die Erevaner, genau, hast du dieses Kapitel einmal durchgezockt, hast du ja die Möglichkeit denn in dem Falken hier rumzurasen, wie ich jetzt auch gerade, so, ähm, diesen roten Stein kriegst du gleich von vornherein, das müsste eigentlich kein Problem sein, brauchst du keinen Charakter, keinen besonderen zumindest, so. Also einen mit dem Haken auf jeden Fall und das hat sowieso einer, hier Han Solo oder so, einer von denen hat das da. Allerdings müssen wir ein bisschen latschen. So, wo geht's dann lang? Okay. Ups. Und jetzt brauche ich dich mit der Bombe hier. Das, glaube ich, ist so eine Art Kopfgeldjäger hier, ich meine schon. So, und dann klären wir das kurz. Bei solchen Dingern hier nehme ich immer ganz gerne Chewbacca, denn sein, sein Ambrus hier, die kloppt richtig rein. Zack, ein Schuss, sofort tot. Und dann kommt gleich der nächste Idiot. Zack. Ja, okay, wie schon gesagt, naja, muss noch ein bisschen latschen. Oh, okay. Oh. Oh. ura. Okay. 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 puede sinders. Okay. Oh, nein. Zu viel ist gut. Ja, diese Ratare, das sind schon die übelsten Mistviecher. Dem willst du auf jeden Fall nicht im Dunkeln begegnen. Okay. Hm. War das überhaupt nötig jetzt, die Brücke da hochzumachen? Ich glaube nicht. Ich kann ja hin und her wechseln, wie ich will. Hm. Okay, Chewie. Okay, man kennt es aus der Story, ne? Zwei Granaten hier drauf geklatscht. Okidoki, und da sind wir. Und weiter musst du nicht latschen. So, dann nehmen wir jetzt irgendeinen, ne? Wie gesagt, da hast du eigentlich, glaube ich, automatisch hier mit Han Solo. Kommst du ran an das Gerät. Und da haben wir den Roten Stein. So. Ja, ab wieder nach Hause und dann mal gucken, was das für einer ist. Eine Million, man denkt, das ist viel, aber... Das ist noch gar nichts. Okay, ab wieder in den Millennium-Falken. Wollen wir mal schnell wieder Han Solo unterbrechen hier. Die Quassel-Strüppe. Tja, aus einem anderen Schiff auf Lichtgeschwindigkeit zu springen, war wohl nicht so klug. Ich muss dieses Chaos irgendwie in Ordnung bringen. Seht mal in der Bugstab. Ach, Mynox. Ja, die sollen mich nicht interessieren. Mich interessiert jetzt nur der rote Stein. Welchen haben wir? So, und da haben... Jawoll, Steinchen mal zwei. Und da würde ich sagen, gleich gekauft bin ich zwar wieder arm. Aber dann rollt der Rubel schon ein bisschen. Ja. Okay, ja, das war der rote Stein. Steinchen mal zwei. Ich hoffe, ich konnte damit weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.